Ich bin down für ein Trade. Ich sag, wie es ist, ne, wenn du willst. Ich bin down zu traden. Alles gut. Ich cover dich. Ja, doch. Ich will schon wirklich gar nicht dringend junglen. Na, ist klar. Dann machen wir das. Danke. Türkin, ist das so ein... Du bist ein Map-Supporter oder ein... Nee, nee, wir stoppen ja. Karin ist dein Support. Hi. Ah. Ich bin hier ein Jungler, diese Runde. Was willst du machen, Johnny? Ich kann dir ein Ezreal ausspielen. Alles klar. Ich spiel Yumi. Dann kann ich essen. Perfekt. Das war ein Joke. Ich spiel keine Yumi. Achso. Ja, ich mach jetzt erstmal Safety First an der Stelle. Bist du auch, wo ich richtig Bock hab auf U-Deer? Ach, Scheiße. Hättest du ja nix gesagt. Okay, dann werdet ihr... Was willst du von mir bekommen? Ich bin full AP. Full AD. Das ist ein Standard-Champion. Swap mit mir, wenn du willst. Danke. Das ist nämlich der Vogel. Scheuche. Oder so. Genau. Zudem ist er selber gar nicht der Vogel. Wer beschwört da ganz viele Krähen mit seinem Crowstorm? Ja. Ja. So, Johnny. Du hast vorhin nicht dabei. Deswegen wichtige Fragen an dich. Hast du auch Geschwister? Ja. Genau. Und hast du deinem Geschwister aus Versehen mal die Augen ausgesprochen? Nein, nein, nein. Lass ihn antworten. Lass ihn antworten. Bitte, lass ihn antworten. Johnny? Bis jetzt noch nicht, nee. Hast du deinem Geschwister schon mal die Kniescheibe zertrümmert? Mit einem Pfeil und Bogen? Also, bist du Polizist? Nein, ich frag mal nach. Nee, bis jetzt noch nicht. Kann der Autofil, bitte zieht gerne Stellung. Ja, also ich würde sagen, es war auch nur fast und auch nur ein Auge. Achso. Also, tatsächlich muss man das halt auch mal richtig stellen. Ja. Und er ist der ältere Bruder gewesen. Das heißt, ist halt durchgelaufen dann. Und bei dir, Kanye, mit der Kniescheibe? Nee, ich weiß, dass meine Familie verkorkst ist. Ich muss mich da nicht rechtfertigen. Okay, okay, okay. Aber wollen wir denn jetzt nochmal, weil wir haben jetzt ja quasi über unsere familiären Angelegenheiten gesprochen, aber es wäre ja noch viel schlimmer, wenn man einfach fremde Menschen belästigen würde. Wollen wir darüber sprechen, dass ein paar Menschen hier Eier an fremde Häuser, gegen fremde Häuser werfen? Tolkien vielleicht? Also, Johnny, okay. Halloween. Nee, 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 nee. Nein, 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 nein. Halloween. Kein Kontext ist hier. Ja. Johnny, hast du das schon gemacht? Aber das machst du bestimmt auch, weil das ist ja normal, Johnny, ne? Johnny, was sagst du dazu? Was ist besser? Kniescheibe besser trümmern vom Bruder oder Eier an und ein Haus geworfen haben an Halloween, als du so zehn warst. Ja, nee, 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 nee. Der Kontext, nee, nee, nee. Ja, ich wollte gerade sagen. Ich sag, Johnny bereut es gerade so hart, dass sie dieser Lobby gejoint ist. Er bereut gerade alles. Ich frag mich, wie viel ich zugeben darf, ohne dass das strafrechtlich relevant wird. Gut. Jetzt haben wir die wichtigen Dinge geklärt. Die wurde noch nie die Kniescheibe zertrümmert. Also, ich kann das schwer in Relation stellen. Da ist allerdings, klingt jetzt schon eklig. Ja. Ja. Da würde ich... Es war ja auch nie mit Absicht. Alter, das ist doch fein. Das klingt jetzt so, als wäre das mehrfach passiert. Nein. Da habe ich jetzt aber schon doch deutlich mehrfach. Nein, die Story ist dazu. Ich war mit meinem Bruder auf einer Wiese Bogenschießen und er stand so 100 Meter von mir entfernt, ein paar Meter neben der Zielscheibe und er meinte, du schießt mich ja eh nicht. Und das war eine Challenge für dich, hast du gesagt. Ja, ich habe ihn halt... Ja. 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 Eine Ahnung, wir waren da neun und fünf oder so. Du hast 100 Meter mit dem Bogen geschossen. Das ist krass. Das war ein richtiges Ding auch. Das geht gar nicht, oder? Ist das Weltrekord? Das ist Weltrekord. Wenn du wüsstest, was es für Bögen gibt. Kann jemand hier warnen noch? 100 Meter war auch übertrieben. Nee, ich glaube, das ist ein Weltrekord. Frag nochmal beim Guinness World Record Buch an. Nein, nein. Oh, hattet ihr die früher auch? Ja. Also Guinness World Record Bücher? Ich fand die so cool. Safe, 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 safe. Und immer in der Schulbibliothek nachgeguckt. Oh, das war so toll. Was ich so krank finde immer noch im Guinness World Record Dingens, ist dieser, der längste Plank. Irgendwie zehn Stunden. Ja. How is that possible? Finde ich crazy. Vom Air, was machst du die Zeit? Er hat Filme geguckt und so und Bücher geredet. Unfassbar langweilig. Planken wahrscheinlich halt in erster Linie, ne? Ja. Okay, wie lange schafft ihr es? Planken? Sekunden? Oder Minuten? Rekord für fünf Minuten. Mittlerweile, ich glaube, eine Minute maximal. Ihr habt es ewig nicht mehr gemacht. Ich dachte, du machst ganz viel Pilates kann. Was? Das war Phil. Oh, mein Gott, what am I doing? Das mache ich auch nicht. Aber am Ende vom Sascha-Huber-Workout ist immer noch eine Minute Planken. Und das ist schon, aber das ist schon hart. Wirst du mir jemanden, der skippt dann, oder? Nee. Ich hatte das eine Weile für Kanalpunkte, dass ich 30 Sekunden Planken muss. Das ist krass. Das ist krass. Oh, wait a minute. Jetzt bin ich echt fackt. Nee, weil ich jetzt dreimal die Woche ins Gym gehe. Da brauche ich dann nicht auch noch die Planks noch. Okay. Und vor allem waren auch zwölf Fliegestütze auch und so. Und das ist dann, wenn ich eh die ganze Zeit muss, ein Kart ablattet tot. Oh, ich bin auch mit sich. Aber ich bin keiner useless. Äh, Thresh ist auch mit der. Ja. Sorry. Schere. Oh, what? Also, ich bin fein. Ich auch mich auch. Ich bin nicht fein, tatsächlich. Oh, du bist fein als hell, son. Hat die Kaiser gerade geflasht, nicht, oder? Doch, doch. Die ist dir hinterher geflasht. Ah, ja, stimmt. Ich glaube, ihr könnt euch wieder mit flaschen, oder? Ich habe auch keinen Wegeskill mehr geflasht. Ich habe tipp'n. Ich komme dazu klein. Dann move ich bitte. Also, wenn ihr Mitte noch Chris... Jetzt, ich komme. Die haben keine Flashes, nichts mehr. Ich komme. Das ist useless. Du kannst nichts tun. Hat die Ori Flash? Wir sind ja beide echt useless. Ich habe bis Level 4, ne? Also, wirklich. Unfassbar nutzlos sind wir, ja. Ich gucke, ob Jarvan hier ist. Vorsicht. Aha. Ich kann zu dir move, oder? Leider nicht. Er ist auf R-Rub auf Doth, maybe? Ah, moving, moving. Ja, ich komme auch von R-Rub auf Doth. Wir müssen auf Kaiser-Olt aufpassen. Ja, ich habe... Nein, das ist fein. Gibt, gibt, gibt. Das ist fein. Ich bin Level 6 hier von Gromp, danach kann ich helfen. Mein 6 ist leider noch weit weg. Ja, ich war so circa 10 Sekunden noch. Dann bin ich da, mit Ulz. Wir müssen starten. Ja, ja. Wir sind die Sol Bros. Oriana ist im Move, aber... Du hast been ready, been ready, been ready. Ich beten könnte das. Ah, schade. Ich bin gleich da, ich bin gleich da. Rein, 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 rein. Flash hat keinen Schläf. Oh, yeah. Ich hätte Flash W. Schön, 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 schön. Kars ist ein bisschen... Die hat noch Flash, die kriegen wir nicht. Ich gehe weiter. Nice, Team. Okay, warte schon mal campen, Leute. Nehmen wir mit. Ja, krass. Ob der Platte, kriegst du die noch? Also, in Botlane? Achso, oder wo genau. Oh, schade. Nee, in der Natur. Ah, ah, ah. Oh, oh. Achso. Mein, in Botlane ist so fag. Oh, die hat immer noch Shotgun. Ich bin gleich da, es dauert noch ein bisschen. Wenn ich direkt gucke, ist das krass. Okay, keine Spells mehr. Ich bin dann auf dem Volt. Auf dem Volt, auf dem Volt. Ich baue nur Vision auf der. Der redetronig, ja. Der redetronig. Ich bin gleich da. Ach, Mann. Was machen die denn? Jarvan hier im Busch vielleicht. Ich saug hatte die Krab aus. Das ist mein Blumen. Ja, Jarvan. Mit deinem Fighting, mit deinem Fighting, mit deinem Fighting. Ich habe vier in zwei. Ich habe keine Spells mehr. Ich habe den noch. Lock up in vier, drei. Der Flash hat keinen Flash. Ich glaube, das ist ein bisschen. Zuzel ihn, zuzel ihn. Ich bin jetzt nicht. Er kann ich nicht. Kaiser, komm. Jarvan. Zwei Locker. Rauschen. Ich habe vier für Kaiser. Okay. Ich bin hier Ulda. Ich bin hier Ulda. Eins, zwei. Oh, der ist einfach besser als ich. Drei. Haben wir noch was? Karni? Ja, ja, klar. Ich bin noch da. Ich komme noch mal. Oh mein Gott, Karni. Ihr bist ein Gott. Ich habe weh. Okay. Oh mein Gott, er wird so gesaugt. Let's go. Das ist ja perfekt. Let's go. Schön gemacht. Beautiful. Ich spiele Weak Side. Ich mache das toll da oben. Let's go, Karni. Manni. Ich habe gehört, Tolkien kommt zu Augen, da war ich drin. Ah, natürlich. Ich saug da richtig viel. Karni, guck hier. Karni, Karni. Wir gehen rein. Wir gehen rein. Karni, Karni. Karni, Karni. Karni, Karni. Karni. Okay. Ach du Scheiße, macht die Meta. What the fuck? Die silenced? TP behind, TP behind, TP behind, Tora hinter euch. Er kann tummuten, Johnny. Ich habe Redemption auch noch. Achso. Okay. Oh mein Gott, warte. Der hat keine Ultime. Aber wir haben wirklich, also einfach. Oh. Das sind die alle low. Ich habe 4 in 1. Okay, Johnny, keep him hard. Er ist geviert, er ist geviert. Okay, es wird gebombt. Nice. Wir sind useful, wir sind useful. Drake, 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 Drake. Ich gebe Ace, ich gebe Ace. Drake, 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 Drake. Oh, der ist so wichtig, den dürfen wir nicht verlieren. Was kauft man als dritte Seite? Ja, die haben ja schon drei. Ich glaube Spear einfach, oder? Trotzdem. Ja, ich hätte auch Spear gesagt. 15 Minutes, ich fahre im Camps, ihr müsst Drake starten, ich chill irgendwo und dann machen wir das, okay? Na und, Johnny, wie fühlt sich das einmal wieder liegt zu spielen? Oh, der TP, du musst kommen, 2-Stone, Drake. Absolut crazy. Hallo. We need you, we need you, please, Seele. Ich habe Flash-Ulti. Ich habe Flash-Ulti. Wie so ein Hund. Wissen wir von irgendeinem Charity, der keinen Flasher hat, Ori oder Ding? Ne, keine Ahnung. Ori hat, glaube ich, geflasht, aber eher so... Ich schaue einfach, Drake jetzt, bitte. Helft mir. Ich denke dann, ich mach... Ich denke, ich habe geflasht, um in Range für das E-Zof-Java zu spielen. Wenn du, ich den Java, ist noch nicht da, dann. Aber wenn ich tanke, habe ich kein 4. Bitte hättet schnell, Drake. Bitte schnell, bitte, Drake, bitte, Drake, bitte, 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 Java, ist gleich da, bitte. Was? Sehr schön. Wir gehen rein, wir gehen rein, wir gehen rein. Da haben wir jetzt hier. Äh, warum? Okay, ja, nein. Ich dachte, ich würde mehr hinten. Lass einfach gehen. Ja, wir können es noch spielen. Kalt in der Rechts, Kalt in der Rechts, Kalt in der Rechts. Ist fein, Kalt in der Rechts. Ich denke, wir haben noch nichts. Ja, ja, ist noch nichts. Ich gehe rein, Johnny, ich gehe rein, Johnny. Ja. Oh, leider gespottet von Ori, also von der Feuer. Na, Mann! Kann ich das mal was Zeit rausholen, damit die nicht mehr spielen? Ja, 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 ja. Oh, ein Teucheln, was du in der AG. Oh, der Flash los nicht. Boah, starker Flash mit Lendenfall. Oh, jetzt... Esso, Junge, Esso, Junge. Aber ziemlich sicher spielt wer anderes. Ganz schön frech für das Gameplay. So habe ich das bei V9 in der Mitte immer auch gesehen. Naja. Ori, an das der P kriegen, sonst haben wir wieder Probleme. Oh, wenn kann, gleich so ein Kampf, den Jar. Oh, okay. Auf die Plante hat er. Oh Gott, oh Gott. Er ist viert. Wir haben Damage, Trust. Ja, die haben auch wenig Damage, actually. Also, in den Fights habe ich schon das Gefühl, Oh, ich komme da ran. Ich habe gleich vier. Ich habe sie. Schöner Snipe, Opa. Wir sollten wieder erstarten. Oh, okay. Das ist gut, das ist gut. Oh, nein, Mutter. Wer meins? Wir sollten weiterfeiten. Echt? Ja, ja, klar, klar. Hier oben oder oben? Thresh? Thresh, Thresh? Ja, ich ulti, ich ulti. Ich bin Lander-Vision da. Kaiser, es fehlt. Kaiser, es fehlt. Kaiser, es fehlt. Bitte, Kaiser. Please. Boah. Dootel, sie. Fuck, jetzt verlieren wir Dragon, oder? Also, du gewinnst das? Wow. I mean, jetzt in der Wave. Mit Minions, mit Minions. Okay. Scheiß-Burr-Vision, not gonna lie. Das Ding ist... Das ist krank. Sein Eclipse hat 4700 Damage-Burr-Burr. Seine Spare-Vision ist der... I mean, I don't know. Ich werfe in den Rhein. Ich werfe mich in den Rhein. Wer ist er? Ich habe keinen TP. Fein, fein. Ich glaube, es ist gar nicht fein. Ich glaube, es ist sehr fein. Tanja, gleich. Ja, ich habe... Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe. Ja, ja, ja. Ich habe... Uri ist jetzt auch... Ich kann TP ihn theoretisch. Die TP von Uri kommt. Ist rausgegangen, Johnny. Vertraust du mir nicht, du, Stinker? Uri kommt, Uri, Uri, Uri. Ja, also ich habe von da aus Q und ult getroffen. Ich fand das sehr gut. Ja, Tolkien, wir sind einfach zwei solche Süßköpfe. Das ist crazy. Uri, look, Uri, look, Uri. Ich muss die kriegen. Uri, Flash. Wir haben ein bisschen Vertrauensprobleme hier in dem... Oh mein Gott, warum ist ADC so scheiße? Uri, kein Flash. Uri, kein Flash. Zehn auf Ult. Zehn auf Ult. Fünf auf Ult. Fünf auf Ult. Wir bleiben nass, wenn ich Ult habe. Wer bist weg? Danach, guck mal. Ab jetzt Ult. Okay, wir fahren. Wir tauchen. Ich habe die Sonne, das ist ein Desaster. Ich habe sie. Achtung, Jarvan kommt zu euch. Oriana, wenn du noch ganz fernst, glaube ich, maybe. Ich meine, wir haben to try anyway. Ja, good try. Scheißen, Drake. Ich muss sagen, ich habe die Lust, dass sie so ein Gas hat. Ich denke, die Raptoren waren aber auch nicht. Ich habe nicht die Raptoren gemacht. Ich habe die Mitte Wave genommen. Zehn und Nash spawnen gleich. Wir haben das, wir haben das. Was im Banger-Game schon wieder, holy fuck. Ihr startet, ich gehe in Position. Okay. Lass das Ding raus, lass das Ding raus, lass das Ding raus. Lass das Ding raus, lass das Ding raus, lass das Ding raus. Das war Kaiser, oh. Warte, mach Drake, mach Drake, mach Drake. Ich bin ready. Der Wille war da. Ich mache nicht so viel Damage allein auf dem Drake. Wir beide ackern so gegen diesen Kaiser-Poog. Ja, es sollte vielleicht mal irgendjemand sonst auch noch bitten. Komm rüber. Ja, ich mache da nichts. Ich habe sie. Oh, wichtiger. Oh, ich wollte rein, ich wollte rein, go. Oriana, Oriana. Ich werde leider gezutzt. Von oben kommt da auch noch mehr. Ich sauge. Ich sauge. Ich sauge. Ich sauge. Schön, 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 schön. Wie ist das eigentlich? Und das Smile-Ownop gewonnen. We won it. We won it. Let's go. Es war niemals schwer. Don't end, Ganesh. Actually, ist ein fairer Call von Joby. Let's go, Team. Got his game, Mann. Bei mir schreibt jetzt jemand in den Chat Phantom Dancer. Der Bro hat einfach vier Minuten Delay. Dann bitte, Phil, Phil, du Stinker. Okay, Johnny macht was. Johnny macht was. Ach, sehr, was? Sehr gut, sehr gut, sehr gut. GG. Banger Game. Banger, banger, banger. Wir haben hier. Victory. GG. Oh, wir haben gegen Joby gewonnen. Ist das krank. Alles erreicht im Leben. Ja, never, never, never. FlexQ ain't stressful at all. Aber ein guter Zock. Geil. Aber ein guter Zock. Holy shit, wir haben alles angespannt, ey. Tolkien, das nächste Mal da noch Schaden machen, ne? 23 damit mehr, ey. Ja, 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 ja.